So, willkommen zurück zu Let's Play Atelier Anni. Ich wollte Ziegenmilch kaufen. Also... Milch, hier war das doch. Zehn Stück. So. Hoppala. Was hab ich denn da gemacht? Ähm, nochmal. Und dann... für den Tisch. So. Zwei Maskottchen. Ähm, dafür hab ich hier keine Sardinen. Und das hier zehnmal. So. Für die Gilde. Hallo? Anni, hast du Zeit für ein Gespräch? Was ist los? Ich möchte eine Geheimzutat in meine neue Spezialischung hinzugeben. Ja, super. Eine Geheimzutat? An was hast du denn dieses Mal gedacht? Ich dachte an heiße Schokolade. Oh. Das ist meine ziemlich normale Wahl. Hm? Glaubst du, du kannst mir eine machen? Nun ja. Ich denke, es wird nicht so schwierig sein. Wirklich? Danke. Kannst du mir eine heiße Schokolade innerhalb der nächsten 35 Tage bringen? Oh, dafür hab ich aber lang Zeit. Einmal heiße Schokolade innerhalb der nächsten 35 Tage? Okay. Okay. Ich freu mich schon drauf. So. Heiße Schokolade. Hä? Ich habe jedenfalls Schokolade. Okay. Heiße Milch. Hm. Hm. Hier. Schokolade. Ach, dafür brauche ich keine Milch. Super. Gut, gut. So. Wieso habe ich 17 Milch? Ich dachte, ich hätte gar keine mehr. Hä? Dann hätte ich ja nur drei kaufen brauchen. Ah, ich habe doch vorher in meinem Inventar geschaut, oder? War da heiße Milch drin? So. Ich könnte eigentlich dafür dieses, ähm, dieses Ding hier kaufen. Hier. So. Das hier. Das ist für Essen zum Kochen. Kostet 1000. Kau ich das einfach mal? So. Hm. Okay. Bin ich arm. Bin so arm. Okay. Ich mache diese heiße Milch. Die auch immer heiß bleibt. Egal wie. Viel Tage ich die lager. Hier das, ne? So. Zehn Stück. Ein Tag. Ja. Wie viel war jetzt die Wahrscheinlichkeit? Auch 100. Ich möchte das benutzen. Ja. So. Okay. Dass man hier Wasser, äh, Milch mit Wasser erstrecken muss, damit man heiße Milch macht. Ähm, okay. Und dann, was ist das denn? Uh, das wird meinen Kunden bestimmt gefallen. Ein künstlich, äh, künstlerischer Fass. Künstlerisches Fass. So. Heiße Schokolade. Aus Schokolade und Wasser. Nein. Wollte nur eins haben, ne? Ähm. 94 hab ich. Cool. Also eine höhere Wahrscheinlichkeit. Schau mal nach. Ja, einmal. So. So, hier. Das hier. Und ein Stück. Hier. Super. So, mach mal ein Level höher. Und dann? Kann ich nochmal gucken, ob hier was los ist? Nö. Und hier? Nö. So. Ja. Nix da. Ich bin noch voll arm. Total arm. Und es ist schon Februar. Wann gab's die neue Aufgabe? Im... Im April, ne? Oh je. Noch so viel zu tun. Ich hätte gerne mehr Zeit. So. Kippsala. Hier. Super. Und ich kann gleich nochmal fünfmal machen. Super. Kerzen hab ich noch. Super. Super. Kerzen. Gut. 5000. Kann ich mir ein paar Bücher holen? Ähm. Hier ist nix los. Dann hol ich mir hier ein Buch. So. Ähm. Welches hier? Was hol ich mir dann? Und direkt wieder arm. So. Ähm. Gillian. Gillian. Ich habe die heiße Schokolade für dich. Yay. Danke. Also. Mischst du dir das nun in deinen Saft? Jep. Um genau zu sein. Ich versuche es jetzt gleich. Oh nein. Nein. Also. Ich schütte diese heiße Schokolade hier rein. Fertig. Guck. 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 Ah. Wie war es? Oh. Sieht nicht lecker aus. Das war so gut. Oh. Okay. Hier. Probier mal. Nun ja. Ich meine. Wenigstens enthält dieses hier etwas Essbares. Okay. Ich versuche nur einen kleinen Schluck. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Also. Ich probier es nun. Guck. Pfff. 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 Das ist ekelhaft, Ani. Pfff. 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 Was ist denn noch in diesem Zeug? Nun ja. Da sind drei Federn. Bienenwachs. Lando. Okay. Federn. Okay. Das reicht. Mehr brauche ich nicht wissen. Es war dumm von mir, das zu probieren. Oh. Ich dachte, es war gut. Oh. Ich habe auch was für dich. Geld. Ja. Danke. Mir wird schlecht, also gehe ich besser. Mach's gut. Ja. Wenigstens ist sie nicht gestorben. Hm. Ähm. Fünfmal Milch, ne? Fünfmal. Tja. Hm. Bis zum 15. Dritten. 900. Dann. Wie viel habe ich denn jetzt? Sieben Stück. Sieben Milch habe ich jetzt. Ähm. Gegenstände. Essen. Okay. Ja. Wie kann ich denn jetzt herausfinden, was für Zutaten ich habe? Super. Wenn ich einkaufen gehe wahrscheinlich. So. Milch. Ah ja, hier. Sieben Stück habe ich. Also kaufe ich drei. So. Dann kann ich gleich nochmal zehn heiße Milch machen. Hier gibt es bestimmt immer noch irgendwie Aufgaben mit heißer Milch. So. Zehn Stück. So. Ja. Fertig. Fertig. Ähm. Ich frage mich, ob es dann wieder irgendwelche Ereignisse gibt. Aber ich denke nicht. So. Gehen wir nochmal irgendwo überall rein, raus, rein, raus. So. Hab ich hier. Ich glaube, ich gehe das nächste Mal in den Wald wieder rein. Das war ja nicht ganz so schwer wie dieser Eiswald. Ach ja, ich wollte doch was erneuern. Eins der Einrichtungen. So. Hier hast du deine heiße Milch. Super. Was gibt es denn hier noch? Neues. Okay. Oh, Käse. Das ist aber nicht so viel Geld, was man hiervon bekommt. Okay. Ähm. Zu Pepe. Also. Hier hin. Nein. Kann. Keine. Neue Einrichtung erstellen. Also. Park. 6, 8. Bäckerei. So. Yep. Mhm. Bäckerei. Zwei Sterne. Oder wie. Aha. Aber irgendwie meinen Laden kann ich irgendwie nicht erhöhen. Ähm. Wie viel kostet das? Ja. Super. Ich hätte das aber jetzt nicht wie gerne gehört, was die gesagt hätten. Mist. Mhm. Park. Doch. Park kann ich auch erneuern? Okay. Doch. 80. Benötigt. Ähm. Ja. So. Ja, ja. Ähm. Mhm. Mhm. Na ja. So. Irgendwie. Wie kann ich hier meinen Laden erneuern? Irgendwie geht's wohl nicht, hä? Ich weiß nicht wie. Vielleicht, ähm. Vielleicht hier. Aber hier kann man nur speichern. Ja. Wieso nicht? Super. Gut. Dann. Gehen wir in den Wald. Zwei Tage Reise. Und dann Nüsse. Super. Goldstaub. Pilze. Mhm. Ananas. Blätter. Bienenwachs. Okay. Hui, 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 hui. Machen wir einen Pilz weg. Cool. Das war ein Angriff. Mache ich hier mit Ani drauf. Wow. Super. Kritischer Treffer. Ähm. Einer von denen. Bitte weg. Nein. Okay. Nein. Gut. Hm. So. Mann, die haben so viel HP. Oh nein. Gillian. Die sind hier hinten abgehauen. Oh man. Hm. Wer fehlt auch noch? Ah. Komm schon. Ja, super. Ui. Ach nö. Wieso macht der zweimal hintereinander? Das ist voll unfair. Dann werden wir mal irgendetwas futtern. Medizin. Medizin. 20, 200. Uff. So. Schokolade. 170. Puff. Heiße Milch. Trinken wir ein bisschen. Ah ne. Ist es nur 20? Ich? Nee. Die sind ein Topf hier. Ähm. Ah nie, bitte. Dann nimmst du auch ein Gegenstand. Oder? oder? So. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Irgendwie müssen wir den ja auch erledigen. Okay, der hat nicht angegriffen, als wir hier waren mit dem Gegenständen, haben wir wohl Glück gehabt. Super. So, zwölf. Super. Wer will zehn? Knockback. Der Typ hat was gelernt. Oh Gott. Oh je. Du nimmst bitte einen Gegenstand. Irgendwas, was viel heilt. 60, 80. Was hatten wir denn hier noch? 200. Ja. Davon haben wir auch 14. Oh, du hast noch 100. Dann nehmen wir das nicht. Dann nehmen wir irgendwas, was 100 heilt. Oder so ungefähr. Hier die Kokoron. Wo habe ich das denn eigentlich bekommen? So. Ja, nicht so toll wie dein Saft. Aber dann gucken wir uns mal an, was die hier haben. Das ist ein Echsenmann. Ein roter Pony. Tja. Was machen wir? Versuchen wir es mal. 65. Machen wir einen von diesen Pony weg. Hoffentlich verfehlt es auch nicht. Ja, futsch weg. Und der ist... Der kann reden. Oh. 18 Uhr. Gut, der ist nicht so stark. Mhm. So. Dann machen wir mal den Pony. Weiter. Weil der vorne schön vorne steht. Und dann auch hoffentlich schnell tot ist. Dann machen wir mal mit Kilbert. Oh nein, der ist abgehauen. Scheiß Typ. Äh. Der wusste, dass er keine Chance gegen uns hat. So. Super. Leider hat Gideon kein Level erhöht. Schade. Lox, Lox, Lox. Ne, das war der Fisch. Poppail-Fisch. Ah, das sieht nicht gut aus. Ähm. Hm. Hm. Die mag ich nicht. Andere Gora. Ähm. So. Aber schnell tot jetzt. Wird uns immer voll fertig gemacht. So. Ähm. Versuchen wir mal diesen Vogel wegzuscheuchen. Weg. Gut. Sieht nicht so stark aus. Wow. Nur ein, ein. Nur ein HP abgenommen. Nicht so stark diese Allraune. Super. Weg. Klasse. Wow. Die waren nur Level 8. Nachts. Ui. So. Und abhauen. Ja. Dann frischen wir uns mal auf in der Stadt. Nachts. Nachts.